Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von Minecraft OneBlock, aber der OneBlock ist eine Bombe. Einerseits gibt es eine kleine Explosion, wenn wir den OneBlock zerstören. Andererseits kann auch ständig der OneBlock explodieren. Da kriegt man so einen kleinen Timer, glaube ich, aber egal, komm schon. Okay, das waren nur Items. Wir sollten uns auch beeilen, möglichst schnell eine Plattform zu bauen, damit wir relativ sicher sind vor dem OneBlock. Bisschen nach hinten bauen. Ich habe die Map nämlich eben gerade schon einmal getestet. Und es können auch aus dem OneBlock Wither Skelette spawnen. Ich sage euch das, das ist nicht so geil. Okay, alles easy. Dann einmal, zack, Werkbank, wichtig. Truhe, wichtig. Für Items saven, falls es die Explosion gibt. So, dann, oh oh, Time Bomb Exploding. Was ist das? Explosion Spell? Okay. Aber ob... Oh, das ist doch gut. Oder nicht? So, wenn es die nächste Explosion gibt, könnten wir uns hier hinter einfach verstecken. Das ist doch eigentlich smart. Guck mal hier. Oh oh. Was ist das? Ein Pillager? Ein... Oh Gott! Nein! Ich schlag... Runder mit euch! Runder mit euch! Uh! Okay. Äh, bisschen eskaliert. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen... Okay, aber zwei Emeralds. Wir sammeln erstmal. Das... Oh, Alter. Ich bin vergiftet. Das Problem ist nämlich auch, ich brauche unbedingt was zu essen. Wir verlieren alle Items, wenn wir draufgehen. Ich kann ja nicht diese Explosion fressen. Und... Mann! Nein! Okay, alles gut. Alles gut. Wir sollten jetzt mal gucken. Lass mal... Ja, ja. Ich hab einen Plan. Und zwar... So. Zack. Wir werden gucken, ob wir das nicht schaffen, hier ein bisschen das Haus zu vergrößern. Beziehungsweise erstmal ein Haus zu bauen. So. Das wird ein ganz tolles Haus. Ah, warte. Wenn ich jetzt hier runterfalle, kriege ich Schaden. Oh. Easy. Dann sind wir zumindest schon mal ein bisschen safe. Unser Haus ist einfach nur eine Wand. Sagen wir es so, wie es ist. Ich muss jetzt aber alles riskieren. Wir öffnen das Ding. Und hoffen, dass was Gutes rauskommt. Nein! Ach, Mann, Alter. Ein Schwein! Schweine! Weg mit dir! Oh. Du bist meine Rettung. Nee, wer bist du denn? Du sollst... Ah. Ja, rein. Rein mit dir, liebes... Au! Ich brauch ein Schwert. Sonst hab ich gegen den keine Chance. Aua. Warte mal. Sachen rein. Die Schweine haben jetzt oberste Priorität. Sticks. Schwert. So. Nein! Junge. Nerv mich nicht. So. Wo bist du? Da kommst du. Ja, komm her. Komm her. Jawohl. Er hat mich. Nimm mich, nicht die Schweine. Jawohl. Oh. Wunderbar. Oh, nein. Tür zu. Hallo? Guten Tag. Oh, nur Items. Nein! Das war eine heiße Kartoffel, die explodiert. Okay, so, warte mal. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir den Neterstein benutzen. Warte mal. Zack. Gib mal einmal eine Axt. Dann können wir das Schwein hier auf die Seite holen. Du kommst jetzt in Sicherheit. Komm her, Edgar. So. Junge. Ah, wir haben ein Schweinchen haben wir verloren. So, Edgar. Du kleiner Moppel. Rein mit dir. Sehr gut. Gut, dann lass uns mal rangehen. Wir müssen das hier weiter abbauen. Nein. Ah. Sorry. Weg mit dir. Oh, da ist doch jetzt. Guck mal, ein bisschen Rohgold ist am Start. Das Ding ist, wir brauchen halt unbedingt Cobblestone. Oh, ja. Was ist das? Wächterspawn? Junge, warum sollte ich sowas tun? Ja, hi. Komm mit, liebe Schweine. Ich brauche da nur noch Karotten, damit wir euch züchten und essen können. Nein, würden wir natürlich niemals tun. Ja, alle durch. Mann, ihr könnt da... Jungs. Ja. Ja, 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 ja. Der Nächste, bitte. Du hast Bock zu sterben, oder? Ihr geht da jetzt mal... Nee, du kommst jetzt nicht wieder zurück. Du gehst da jetzt rein. Nein. Rein, genau. Der andere auch. Hopp. Hopp, hopp, hopp. So. Und jetzt ist hier zu. Oh, oh. Wow. Junge, was? Was ist denn hier gerade passiert? Hier ist einfach ein komplettes Haus gespawnt. Alter, das ist ja mega. Warte mal. Ist hier irgendwas drin? Nee, aber hier ist zumindest ein Bett. Das ist ja absolut geil. Äh. Nether-Portal. Okay. Also ich muss sagen, der One-Block, der ist echt gut durchdacht. Weil manchmal ist es dann ja einfach nur so ein stinknormaler One-Block. Aber da muss ich sagen... Respekt. Ah, nee, 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 nee. Das müssen wir... Wir müssen jetzt mal eine Spitzhacke machen. Und dann der muss hier auch noch raus. Genau. Weil dann können wir hier die Treppe machen. Hier können wir die einfach so umgedreht. Das sieht niemand. Und hier kommen dann Türen hin. Ja, gut. Ist jetzt... Vom Holz her passt es nicht perfekt. Aber... Besser... Oh, oh. Wie das Schwein hier durchguckt. Hallo. Noch mehr Schweine. Ja, ich brauch doch jetzt... Oh, guck mal. Ein Cobblestone-Generator ist ja auch am Start. Das ist doch was Feines. Weil wir haben ja aktuell noch Holzwerkzeug. Ey, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Das war jetzt gerade vor ein paar Stunden ist es passiert. Bei mir in der Wohnung ist schon wieder ein Rohr geplatzt. Also, Rohr geplatzt ist... Ja, wie sagt man dazu? Es ist auf jeden Fall was am Wasser-Ding geplatzt. Und plötzlich lief das Wasser da raus. Könnt euch gerne mal... Ihr könnt entweder bei mir auf TikTok vorbeischauen. Oder hier bei den YouTube-Shorts. Da habe ich das Ganze ein bisschen eingefangen. Ey, ich war so maßlos überfordert. Das war... Ich sage es euch... Äh, ich würde direkt... Oh, Spinne. Wir gehen schlafen. Ah, weil Monster in der Nähe sind. Vorsicht. Weg mit dir. Easy. Und auch weg mit... Alter, mit dir. Die hat sich gut... Die hat nochmal einen guten Turnaround gemacht. Okay, so. Es sollten jetzt keine Monster mehr am Start sein. Kommt her, Schweine. Es ist Schlafenszeit. Ach, guten Morgen. Was ist das denn? Totem der Unsterblichkeit? Okay. Den nehme ich... Den nehme ich gerne. Genau, wir bräuchten Eisen und so weiter. Wir haben jetzt hier Neterquarz. Das ist ja alles schön und gut. Oder Karotten zum Züchten der Schweine. Ein Esel. Oh. Oh, nee, das wollte ich nicht. Sorry. Ein Axelodl. Als ob. Wie cool ist das denn? Warte mal. Ich nutze mal hier den Grasblock. Dass die Tiere hier ein bisschen mehr Lebensfläche haben. Nicht in die Lava springen, okay? Oh, oh. Das kann gefährlich werden. Natürlich. Aua. Uff. Okay. Perfekt. Esel. Was ist dein Problem? Hä? Oh, Gold? Stimmt, das Rohgold können wir mal hier reinpacken. Besser als nichts in Sachen Rüstung, ne? Hier hatten wir auch noch acht Rohgold. Halt, ganz ehrlich, Brustplatte ist Brustplatte. Ballern hier mal einfach das Goldheim. Oh, wer bist du? Ah, ja. Tschüss. Der war korrekt. Ein Hase. Ne, was ist das denn jetzt? Axelodl. Hä? Warum ist hier plötzlich ein Zaun? Warum brennt hier alles? Hör doch auf. Was aber? Nein. Ich kann euch nicht helfen. Die, was soll? Ah, hier brennt meine, alles, meine Sachen brennen. Stopp. Nein. Hör doch auf. Warum? Jetzt stopp. Junge. Was war das denn, Mann? Oh, drei gebratene Schweinekoteletts. Lecker. Oh nein. Oh. Er hat mich einfach umgeklatscht. Junge, wie soll ich den denn? Ich habe kaum eine Chance gegen den. Aua. Nein. Schwein. Warum rennt ihr denn da jetzt rein? Okay, wir haben ihn. Paluten verdorrte. Unsere, äh. Was ist das? Woher kommt der denn jetzt? Ey, diese Bombe, die geht die ganze Zeit in die... Warte, warte, was ist denn jetzt hier los? Als ob hier jetzt plötzlich ein Endportal gespawnt ist. Durch diese Bombe. Dieser One-Block ist schon eine ganz interessante Nummer. Oh, ich habe irgendwelche Effekte bekommen. Na, komm her. Okay, das sieht doch eigentlich alles relativ friedlich hier gerade aus. Ah, guck mal. Kann es sein, dass das Haus wieder hier gespawnt wurde? Oder sind unsere Items? Ne, unsere Items sind nicht weg. Das Ding ist, wir haben auch keine Enderaugen. Ah ja, warte, aber kann ich nicht. Ja, guck mal. Wir können doch hier, zack, Lohnstaub draus machen. Enderauge. Und dann fehlt nur noch eins? Hä? Ähm. Nö. Nö. Passiert nix. Entschuldigung, ich muss hier einmal raus. Ah, warum willst du schon wieder exploden? Slimes! Moin! Na, ihr wollt mich umbringen, ne? Finde ich gar nicht cool. Springt doch vielleicht einfach in die Lava. Das wäre eigentlich cool. Puh, wir haben mittlerweile echt schon so einen kleinen Zoo. Kann das sein? So, ich werde jetzt gucken, ob unser Gold fertig ist. Ja, 13. Dann mache ich mir zumindest eine Brustplatte. Zack. Und noch einen Helm. Besser als nix. Oh, warte mal, können wir nicht? Wir können doch eine Suppe machen. Bin ich blind? Ich habe da doch eben noch... Ach doch, doch, das sind alles. Dann schüsseln. Und dann Pilzsuppen. Ja, gönn rein, Junge. Zack, Alter. Ich kann mich daran erinnern, dass Pilzsuppen immer... Ja, ja, mega. Das ist schon gut. So, liebe Esel. Ich weiß nicht... Ach, Jungs, Vorsicht. Ein... Krass! Alles gut. Ja, ich wollte es spannend machen. Das hätte echt in die Hose gehen können. So, du bist auch schon fertig. Dann machen wir doch jetzt einfach hier nochmal ein paar Schüchen. So, danke. Zack. Jungs, bitte. Bitte einmal vom One-Block weg. So, komm. Oh. Oh, habt ihr gemerkt, dass ich euch angeguckt habe? Aber ich würde euch gerne umklatschen, wenn ich ehrlich sagen soll. Ich mache es auch. Einfach nur die... Nein! Junge, warum? Nicht runterspringen. Du bist so ein... Naja. Passiert. Oh, oh. Vorsicht! Oh, Katzen. Na, nicht noch mehr. Mann, Leute, hier ist schon eng. Ihr müsst jetzt auch mal alle von der Plattform runter. Oh, was ist das? Oh, nee, ein Eisbär. Das wollte ich nicht, Mr. Eisbär. Uff. Na gut, der Enderman hat keine gute Zeit. Kann mir jemand erklären, warum sich hier kein Portal bildet? Ach, hier rechts fehlt noch einer. Okay, warte mal. Wo ist denn der jetzt? Ich muss doch nur ein bisschen Glück haben. Der kann sich doch nur hierhin teleportieren. Jawohl. Und? Keine Ender... Pearl? Nee. Lohen. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist... Oh ja, der verbrennt. Das ist gut. Und ich glaube, es ist auch Nacht. Komm, wir schlafen. Alter. Was ist hier heute los? Ich schau mal, dass ich hier direkt einfach Kisten baue. Damit wir die halt einfach instant vollklatschen können. Mit Items. Zack. Zack. Nee, woher kommt... Woher kommt ihr denn jetzt plötzlich? Diese blöde Timebomb. Du kommst her. Oh. Es tut mir leid. Ich musste es tun. Oh, nochmal ein Totem der Unsterblichkeit. Das ist doch was Feines. Wirklich cool, wenn nochmal... Oh, guten Tag. Eine Enderpearl. Ein Frosch. Moin, Digi. Naxel Odel. Entschuldigung. Äh. Leute. Es ist doch so viel Platz hier vorne. Jam, 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 jam. So, Items alle rein. Ist hier irgendwas Geiles da? Oh, viel Roheisen. Oh ja, das nehme ich mal mit. Weil ein Rüstungsupgrade wäre schon eine feine Sache. Oh, Flipper. Moin. Oh, ein Enderman. Komm, 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 komm. Gib mir eine Enderpearl. Enderpearl? Du auch. Nix. Ihr Garstigen. Beide haben nix gedroppt. Oh, guten Tag, Herr Ertrunkner. Diamanten. Ich habe doch da gerade Diamanten gesehen. Zwei Stück. Ja, mache ich ein Schwert. Ja, wunderbar. Oh, oh. Exploded wieder. Easy. Ich, na, komm. Oh, nee, tut mir leid. Au. Wo ist er? Au. Ja, komm. Komm noch her. Okay, das war knapp. Hast du eine Enderpearl gedroppt? Nee, natürlich nicht. Du. Jawohl. Enderpearl. Enderauge. Und es fehlte doch nur noch eins. Hä? Humbo, 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 humbo. Ja, kann da nicht mal was passieren? Oh, da ist das schöne Eisen. Jawohl. Auf jeden Fall einmal eine Hose, damit wir jetzt komplett am Start sind. Und dann würde ich tatsächlich, glaube ich, Brustplatte würde noch das dickste. Ah, doch, haben wir genügend. Das dickste Upgrade geben, oder? Noch Brustplatte. Perfekt. Oh, ein Villager. Was geht? Aber, du guten Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Minecraft OneBlock. Aber der OneBlock ist eine freaking Bombe. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne den Like rein. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Tipps und Tricks, da gibt es nochmal die Explosion. Oh, oh. Ja, aber klar, dass da wieder einer kommt. Falls jemand weiß, warum ich jetzt nicht ins End komme. Also, ich muss doch hier, ich muss jetzt doch nicht noch anzünden oder so. Ich packe alle Dinger rein. Und dann, whoop. Oh, da bin ich gerade. Nein, das ging doch immer so. Aber, du guten Leute. Schaut natürlich gerne auch auf Paluten.com vorbei, falls ihr einen kleinen süßen Mini-Paluten inklusive Autogrammkarte haben wollt. Und dann euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschau, tschau.